Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Karte von Thüringen. Wir setzen unsere Arbeit hier fort mit dem Verkauf von Gäste. Das ist Feld 60. Dann ist er fertig, gehen wir auf. Aktuell sehen wir noch Raps aus, das passt. Karte, Räumen. Gloss. Mit Rösche. Das ist der Lkw. Da verkaufen wir auf Teil Weizen. Ich werde mal die Sache überwachen, dass er nicht über den Haufen fährt. Wie weit besoffen? Oder nicht? Die Lenkung ist meistens ein bisschen instabil und dann wieder ganz schlimmer links und rechts. Wenn wir schauen, wo der Traktor ist, bleibt meistens die Gefahr, dass er entgegenkommt und dann hast du einen Unfall. Zu sehen ist er nicht. So, jetzt kurz Homburg auf. Kann man gleich schauen, ob er noch verkauft. Auch schon passiert. Da sieht es mit großem Garten gut aus. Jetzt gehen wir rüber auf die Spritze. Spritze. Was waren die Einnahmen? Die Lenkung geht nicht. Wenn wir kurz wieder rein aufstecken. Den kurz reinrichten. Geht noch nicht. Nicht gut. Steck mal auch noch der rein. Gut, jetzt funktioniert. Ohne Technik. Geht noch ein bisschen aktivieren. verkehr fest und jetzt beide blockieren sich gerade muss ich an den kurs so einfahren dass er normalerweise im kreis fährt dann wirklich keine gefahr ok jetzt gehen wir zurück auf einen anderen traktor so und so viele fahrzeuge na wo man das klingel leben und das war ja war der faktor wieder kommt soweit klappt das gut leckung her dass es funktioniert super so stellen wir gleich hier wieder rein ach wir stellen auch um die garage rein also wenn Platz frei ist Platz haben wir eh nicht hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 so der ist nicht voll aber der erkennt den neuerdings das heißt er hat ja nur einen Bruchteil geladen, eigentlich nichts der hat doch nichts aber hier wollte ich vielleicht noch ein neues Hilo kaufen oder Beladepunkt und Ausladepunkt ich finde nicht der gleiche Platz ist aber bin mir nicht ganz sicher leer muss ich vormachen ja weizen geht aber rein so ich habe das hier aufnahme gedrückt keine Zeit das ist nichts neues die zweite muss ich auch schätzen was ich nicht verstehe ist das andere kann auch am Pumpen und Programm liegen das macht ja auch der auf jeden Fall genau gleich nur beim ersten Mal wenn das neu ist dann geht es und beim zweiten Mal Probleme und wir sind bei Bille Sau Wille Sau so weizen mehr nach was jetzt wollen wir mal schauen ob wir so schauen wir mal noch ein Preis da fährt er noch einmal Raps 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 für Landhansanmüller Raps für Landhansanmüller Raps für Landhansanmüller jetzt wir haben die Ecke links so so können wir mal einen Kurs hier aufnehmen beginnen wir vorne und fahren wir zum lantanen Mutter Gas wegnehmen und die Kurven kriegen schön gerade fahren vor allem könnt ihr auch Tempomat einstellen und dann mit 50 kmh lang fahren die Kurven nicht kriegt da ist der Landhandel schon aber wir können ja den Kurs nochmal zurück dazu eigentlich nicht so schwer wir können ja normalerweise eigentlich wir können ja wir können ja wir können ja schnell wir können hier wir können jetzt die Ja, das ist eigentlich ungünstig, wenn er hochkippt, weil das Dach stört. Die große K. durchdört. So, jetzt haben wir zurück. Großer K. weg, ja auch so ist. Das fühlt sich gefährlich. Also beladen klappt nicht optimal mit Cosplay, aber das Endladen schon. Das ist eine ganz gefährliche Ecke hier. Hier folgt öfter mal gegen Pfahl, nur gegen Baum. Also zwei Fahrzeuge hier fahren, geht nicht. Die fahren sogar nach oben. Da sind kurz in der Hande. So sind die entgegengekommen. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Molzenuhr soll hier endlich wieder arbeiten. So, on you go. So, dann werden wir voll. Wir speichern ihn ab. So, dann werden wir voll. So, ich muss fliegen und wechseln machen. Oh, fuck you. So, ich muss fliegen. 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 So, Gehtrücker, Planer auf. Kann er verkaufen, verkaufen kann er ganz gut. So, B.H. Malzuhr, glaube ich, laut, was ich gelesen habe, wird losgehen. Ich habe hier noch ein Silageball zu liegen. Da steht ein Ebenwege. Das war gerade die Silage, äh, Hubs. Dann geht man noch rein. So, ich hoffe, die tausend gehen rein. Ich habe mir aktuell ein bisschen verschenkt. So, meine Freunde, das soll es für die heutige Frohe gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Anregungen, Likes, Anregungen, Vorschläge immer gerne gesehen. Sonst würde ich ganz gerne bedanken für jeden Like, der kommt. Auch ganz gerne für ein Abo. Auch dafür ein Dankeschön. Ansonsten heute sieht man sich zunächst. Tschau, tschau. Tschau. Tschau.